Ditti dit di dit. Da hinten ist auch ein �en. Lass mich raten, Legion, komm, der wird schon die ganze Zeit gespielt. Mann, woher ich das nur wusste. Im Prinzip brauchen wir ja gar nicht weglaufen. das schwein von so die die tante tschau und es ist immer wieder wenn ich dieses drecks medkett hat mit der spritze schlag mich schlag mich ne ach schade okay jemand der weiß wie man mit legion zu spielen hat so er läuft läuft normal das heißt zack das können wir weg machen denn es ich glaube die kommt zu mir noch eine runde schaffe ich nicht okay 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 das das war nice da muss ich sagen das war cool dass du etwa gegen meinen gen getreten wer hat sie nicht erst das war cool dieses stehen oder zack also wahrscheinlich dachte ich glaube eine palette stehen aber es bleibt noch immer kein gen auf das ist ein bisschen hallo danke an diese nackenmassage immer oh nein er hat die palette jetzt schon getrunken warum auf ich sowas hasse junge er benutzt gerade seine spezialfähigkeit er benutzt keine palette und ich dachte ich habe hier menschen drin die nachdenken können genau du kranky was will der von mir ich weiß was ich hier gerade mache lass dich hätten mein gott junge haha voll verkackt legion der typ ist so hohl da hinten der typ ist so dumm der da hinten lang läuft also nicht nicht kate sondern hier der andere gut ja das freie mich auch manchmal bei dem einen oder anderen ob der wirklich nachdenken kann oder nicht so der gen ist auch schon mal weg das ist nice das ist nice ich habe gar nicht nachgeguckt hat da eigentlich ruhen nee und die spritze verleihen wir uns erst gegen ende ein würde ich sagen ähm ganz länger da ganz länger hier irgendwo äh komplett geheilt ist würde ich sagen kann er da hingehen ja hier das ist wahrscheinlich ganz länger der kann da hier bewegt den Arsch dahin du hast deine 2,5 tausend spielstunden also mach was okay jetzt kommt legion hierher der wird hierher kommen so ich kann hier raus da raus die palette da hinten ist scheiße die bei der gartenhütte ist nur gut für den killer scheiße für den survivor aber so richtig mies für den survivor das ding bei der gartenhütte nee niemals niemals machen versuch da weg zu bleiben das ist nur im notfall ja sehr schön das heißt den jet kann ich ruhig fertig machen hebe ihn auf hebe ihn auf häng ihn irgendwo dahin das oh er kommt er kommt doch nicht hier also wenn ich jetzt legion sein würde würde ich jetzt ganz stumpf einfach bei den survivor stehen bleiben und ja oh shit ich putze es einfach leid und wir gehen raus und scheiße wir sind halt gelb angezogen ich bleibe jetzt einfach hier stehen jetzt müssen wir eh 60 sekunden warten weil weil es ist zu ja geh mal weg da wenn ihr das macht dann geht das schneller weg habt ihr es gesehen nein quatsch schätze das funktioniert nicht aber den typen lasse ich da hinten hängen ist mir sowas von scheißegal aber ich glaube der hat kein nöt ähm hallo ganz länger hallo her komm her komm alle her komm alle her komm her komm hier kete da hinten komm mal her hier oh ne ne komm da gehe ich raus wenn ich schon survivor habe die da einfach nichts machen da hinten nichts machen einfach einfach raus verschwindet die zeit das ist ja ui das ist ja das ist ja das ist ja Untertitelung des ZDF, 2020